Musik Mein Name ist Silke Fuchs, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Kirchbach. Ich besuche seit September 2019 den Gesangsunterricht bei Agatha Bischko in der Musikschule St. Stephan im Rosendal. Ich singe für euch heute das Lied für die Liebe von der Gruppe Berge. Musik Wir haben die Wahl, wir könnten im Gleichschritt mitmarschieren Oder unsere Stimme folgen und aufhören nur zu funktionieren Wir haben die Wahl, wir könnten auch mal was riskieren Wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren Wir können's versuchen, anstatt's gleich aufzugeben Und uns Mut machen die guten Seiten zäh Und uns verbünden, statt aufeinander loszugehen Wir können's wehen Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit Denn der, der nicht geliebt wird, hört auf ein Mensch zu sein Ich entscheide mich für den Frieden Tücher immer auf mein Herz Wir sollten anfangen uns zu lieben Ich weiß genau, wir sind es wert Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass Das ganze Leid am eigenen Leib ertragen hab Denn es ist mir egal, denn wir haben die Wahl Die ganze Hut und all die Ängste abzulegen Unsere Feinde zu umarmen Und uns selber zu vergeben Lässt uns zusammenführen, was längst zusammen gehört Und nie wieder weg sind, sondern von einander lernt Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit Ich bleib weich Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit Denn der, der nicht geliebt wird, hört auf ein Mensch zu sein Ich entscheide mich für den Frieden Und ich erinnere mich auf mein Herz Wir sollten anfangen uns zu lieben Ich weiß genau, wir sind es wert Hallo, ich heiße Nils Und ich gehe das zweite Jahr in die Musikschule Jagerberg Und meine Lehrerin heißt Frau Mosa Und ich spiele heute für euch die Europahüme Und ich gehe das nächste Jahr in die Musikschule Jagerberg Hallo, mein Name ist Nadine und ich bin zehn Jahre alt. Ich spiele vier Jahre Gitarre in St. Steffen im Rosenthal. Meine Lehrerin heißt Frau Burkhard Hofer. Ich spiele heute das Lied Rosso Sena. Hallo, mein Name ist Clara Löffler. Ich besuche seit drei Jahren den Klavierunterricht bei Anita Dödling und heute spiele ich euch ein Stück aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie vor. Ich bin zehn Jahre alt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020